Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 273. Mal bei Hoaxsiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und auch heute in der 273. Folge bei mir, ihr werdet es nicht glauben, die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo, aus der Nummer komme ich scheinbar nicht mehr raus. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wir haben heute nicht das Thema gemacht, was wir noch vor wenigen Tagen geglaubt hätten, gemacht zu haben werden, sondern wir haben aus aktuellem Anlass nochmal ein Thema uns herausgesucht. Und wir haben Anfragen bekommen, das Netz vibriert gerade und wahrscheinlich ist es ab nächster Woche dann bei euch allen angekommen. Und wir haben gesagt, wir machen mal was mit aktuellem Bezug. Wobei es jetzt gerade wieder aktuellen Bezug hat, das Thema eigentlich uralt ist und schon seit Jahren tatsächlich bei uns auf der Liste in der Bundeslade stand und lag. Und jetzt haben wir es einfach vorgezogen und haben nochmal hier den aktuellen Anlass genommen, es aufzubereiten. Ihr habt die Überschrift schon gesehen, wir wollen über Morgellons gleich mit euch reden. Aber natürlich hat auch wie immer Alexa in dieser Episode eine Geschichte vorbereitet. Die Story der Woche Ja, in der Story haben wir diesmal einen ganz lichten Moment. Es geht nämlich um einen Mann aus der Nähe von Hannover, der kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also so 1919, eine Glühbirne gekauft hat und in seine Lampe in der Küche geschraubt hat. Soweit, so gut. Und die Lampe brannte und brannte und brannte und brannte und dann irgendwann waren Jahrzehnte vorbei, der zweite Weltkrieg war vorbei und die Lampe brannte immer noch. Und da hat er sich gedacht, jetzt schraube ich das Ding mal raus und guck mal, was das für ein Wundergerät ist und wer das hergestellt hat. Und er hat es gesagt, getan. Und der Hersteller war Osram. Und jetzt hat er die Firma einfach angeschrieben und mal gefragt, was denn da los ist und erzählt, dass die seit Jahrzehnten brennt, diese Glühbirne. Und dann kam die Antwort von der Firma Osram, dass die Firma ziemlich interessiert an dieser Glühbirne sei und die gerne für ihr Firmenarchiv ankaufen würde. Und sie haben auch gleich ein Angebot gemacht und das war wirklich eine Riesensumme, die der Mann da bekommen sollte für diese eine Glühbirne, fürs Firmenarchiv. Und das hat ihn so ein bisschen stutzig gemacht und er hat das Angebot dann abgelehnt und gedacht, jetzt gucke ich selber mal irgendwie, wie viel dieses Ding denn wert ist, wenn das so ein Museumsstück ist und so wichtig ist. Vielleicht kann ich da noch mehr rausschlagen. Und jetzt war es so, dass dem Werk vor ungefähr 60 Jahren, 60 Jahre zuvor, das Patent für eine immerwährende Glühbirne angeboten worden war. Ja, das hatten die dann gekauft und hatten so eine Testserie von Glühbirnen hergestellt und haben das dann auch geprüft und so weiter. Und es wurde festgestellt, dass diese Glühbirnen tatsächlich sozusagen für immer haltbar waren, also absolut unbegrenzt. Und das war einerseits natürlich eine tolle Entdeckung, auf der anderen Seite für die Firma nicht so richtig toll, weil die wollten ja möglichst Glühbirnen verkaufen und nicht, dass die dann ewig brennen, wenn die Leute mal eine gekauft haben. Und deswegen haben sie die ganze Serie aus dem Verkehr gezogen und das Patent unter Verschluss gehalten, damit die Leute halt weiter Glühbirnen kaufen müssen. Spannend. Ja. Und wie der Mann jetzt an diese Glühbirne drangekommen ist, ist eigentlich auch ganz spannend, weil das nämlich ein reiner Zufall war, weil diese Wunderglühbirne, die eigentlich aus dem Verkehr gezogen worden war von der Firma, in eine ganz normale Lieferung reingeraten war. Und da hat er sie dann im Geschäft gekauft. Sehr, sehr abgefahren. Die Wunderglühbirne. Das heißt, Glühbirnen brennen eigentlich immer. Eigentlich immer und wir werden gezwungen, diese verdammten Dinger zu kaufen. Jetzt kriegen wir schon wieder drei E-Mails, das geplante Obsolenz mal Thema sein soll. Wir haben das auf der Liste stehen, können wir jetzt schon sagen. Wir wissen, dass ihr dazu eine Folge hören wollt. Aber jetzt machen wir erstmal mit den Morgellons weiter. Thema der Woche. Ja, das Thema der heutigen Sendung, die Morgellons ist eigentlich ururalt. Das gibt es eigentlich seit 300 Jahren, wenn man ganz ehrlich ist, diesen Begriff zumindest gibt es seit über 300 Jahren. Wir haben aber schon zu Beginn der Hoxilla-Zeit davon gehört und haben immer gesagt, das sollten wir mal aufbereiten. Und irgendwie sind wir immer darüber weggekommen, weil im Grunde genommen, wenn man den Begriff eingibt und zum Beispiel bei Wikipedia unterwegs ist, man relativ schnell erfährt, dass es Morgellons an sich gar nicht gibt, dass es sich bei Morgellons um eine Variante des Dermatozon-Wahns handelt. Also hier eine psychotische Erkrankung, wo Menschen Halluzinationen haben. Und damit ist das Thema dann auch immer relativ schnell abgebügelt worden. Und immer wenn es mal irgendwo aufploppt, ist das eigentlich die sehr kurze und sehr prägnante Antwort, mit der man aber unter Umständen Menschen, die glauben, dass sie unter Morgellons leiden, vielleicht auch ein bisschen vor den Kopf stößt. Und wir haben jetzt gerade die Situation, dass auf Masken und auf den Teststäbchen plötzlich Menschen vermeintlich Morgellons finden und jetzt in Panik geraten und gerade beginnt es, dass in den sozialen Netzwerken die Meldungen hochploppen, Morgellons auf Teststäbchen und Masken. Ja, ich war, was das Thema angeht, immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es einerseits wirklich ein ganz klassisches Huxilla-Thema ist, wenn wir nochmal den Zusammenhang mit dem Dermatozonen-Wahn oder der wahnhaften Vorstellung von Parasiten befallen zu sein oder Käfer unter der Haut zu haben, ausgehen, dann ist das ein ganz, ganz klassisches Motiv, was du auch in der Popkultur an ganz, ganz vielen Stellen findest. Also es gibt kaum eine Mystery-Serie, wo das nicht irgendwie schon mal Thema ist oder Horrorfilme, wo das Thema ist. Also Akte X war es zum Beispiel, auch bei Supernatural gibt es eine Folge mit Käfern unter der Haut. Im Film The Mummy zum Beispiel kommt das Thema vor, wo dann wirklich Skarabähi, sagt man das im Plural, ich weiß es gar nicht, also wirklich Käfer unter der Haut krabbeln und dann Menschen bei lebendigem Leibe fressen. Also das Motiv haben wir ganz oft. Und auf der anderen Seite eben ist es ein Phänomen, was wirklich vielen Menschen real Angst macht. Und diese Menschen, die glauben, dass eben so kleine Fädchen aus der Haut kommen und die sich auch irgendwie bewegen und das einhergeht mit dem Gefühl, es kribbelt überall und es krabbelt was und auch andere Krankheitssymptome, das ist ein realer Leidensdruck, den also die Menschen da haben. Und deswegen habe ich das Thema irgendwie immer so ein bisschen zurückgestellt und dachte, ach, das machen wir irgendwann mal. Aber dieser aktuelle Anlass ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man findet gerade bei TikTok und jetzt auch bei Twitter und bei Facebook wahrscheinlich auch. YouTube auch. YouTube auch. Quasi Anleitungen, wie man auf Masken, Morgellons sichtbar machen kann. Also man braucht, manche nehmen einfach ihre Handykamera, manche nehmen ein Mikroskop. Und es heißt dann immer, man soll die Maske oder das Teststäbchen, wenn es jetzt um die Corona-Schnelltests geht, feucht machen und dann ganz, ganz nah heranzoomen. Und dann sieht man halt Fädchen. Und wenn man dann noch diese Fädchen anhaucht oder diese Fädchen in der Flüssigkeit sich befinden, dann bewegen die sich irgendwie und das sieht dann aus, als wären die lebendig. Oder unter Umständen, sie bewegen sich gefühlt auch von alleine. Auch diesen Effekt gibt es. Jetzt müssen wir vielleicht am Anfang mal sagen, weil das ist sicherlich eine Frage, wenn diese Folge gefunden wird im Netz, wo dann jemand schreibt, aber wenn es jetzt sagt, ja, das ist alles gar nicht real, aber da ist doch was, da ist doch was, was ist denn das, dann erklärt mir doch jetzt bitte sofort, was es ist. Und darauf lautet die Antwort, wir wissen gar nicht, was das ist, was in diesen einzelnen Videos überall gezeigt wird. Aber was natürlich sehr, sehr deutlich ist, ist, wenn man Wissenschaft machen möchte, und das ist ja hier die Anleitung zu sagen, macht das auf, guckt es euch an, vielleicht habt ihr sogar noch ein Mikroskop, legt die unter das Mikroskop. Das ist super gut, aber was wir in allen Videos, die ich bisher geschickt bekommen habe, die ich mir angeschaut habe, die wir uns im Rahmen dieser Recherche jetzt erlebt haben, ist die Tatsache, dass zum Beispiel ein Aspekt gar nicht berücksichtigt wird, nämlich die Leute, die diese Masken oder Stäbchen anfassen, haben in der Regel keine Handschuhe an. Also Schritt eins ist, natürlich muss ich aufpassen, dass ich diese Dinger, wenn ich sie auspacke, ja, die sind in der Regel steril verpackt, aber in dem Moment, wo die Packung offen ist, ist das nicht mehr steril. Und wenn man in einem Haushalt lebt mit Haustieren zum Beispiel, oder wenn ich einen Pulli habe, den ganzen Tag schon, ja, und ich schwarze Kleidung trage und dann auf so einer Maske, nachdem ich sie ausgepackt habe und mit meinen Händen berührt habe, dann plötzlich bei ganz genauem Hinschauen ein schwarzes Fädchen sehe, dann wäre meine erste Hypothese, ich habe jetzt dieses Stäbchen oder diese Maske selber verunreinigt, weil ich jetzt erstmal gar nicht dafür gesorgt habe, dass die Umgebung, in der ich dieses Ding ausgepackt habe, steril ist. Das ist schon unter Laborbedingungen manchmal gar nicht so einfach. Das ist wirklich nervig, zum Teil auch, wenn du dir ganz dolle Mühe gibst, dass ein Raum steril ist, dass ein Experiment steril stattfindet oder eine Untersuchung und dann stellst du fest, von irgendwoher ist doch wieder so ein Staubkorn gekommen oder irgendwo ein Fädchen, was weiß ich, von der Kleidung oder weiß der Geier was. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also das ist der erste Punkt, was wir da sehen, sind Verunreinigungen. Die müssen noch nicht mal in der Packung sein, sondern tatsächlich durch das Auspacken, durchs Anfassen, durchs Bewegen in dem Moment, wo ich so eine Maske auch mal auf den Tisch lege. Und ja, jetzt gibt es da auch Videos, wo dann einer da ganz genau aufpasst und sagt, das ist aber alles gar nicht passiert. Es schweben auch ständig solche kleinen, feinen Fädchen in der Luft herum. Also auch das und die senken sich dann mal darauf ab. Also das ist bitte von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Und auch wir haben jetzt kein Labor, was wir aufmachen können oder was wir besuchen können, wo wir die auspacken können. Aber man kann natürlich jetzt weiterführend sagen, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es sich hier eher um ein Stofffragment oder zum Beispiel um ein Tierhaar handelt. Dann gibt es ja immer noch den Satz, aber das bewegt sich doch, das lebt doch. Und da haben wir natürlich den Effekt eins, dass die Menschen typischerweise pusten. Sie sagen das auch. Guck mal, es hat sich bewegt. Guck mal, es hat sich bewegt. Guck mal, es hat sich bewegt. Kein Wunder, dass natürlich so ein Fädchen auf Windhauch reagiert. Flüssigkeit, Alexa hat es schon angesprochen, führt durch verschiedene Mechanismen dazu, dass diese Fädchen sich bewegen können. Und in dem Moment, wo in so einem Fädchen nicht nur reine Baumwolle enthalten ist, sondern irgendwas an Synthetikfasern zum Beispiel da auch noch mit unterwegs ist oder aber auch tatsächlich Tierhaare dabei vertreten sind, kann auch sozusagen elektrostatische Aufladung zu einer Bewegung führen. Ja, also wir wissen alle, wenn wir einen Luftballon nehmen und den ein bisschen an unseren Haaren reiben, dann bewegen sich unsere Haare ja auch zum Luftballon hin. Und das heißt eben nicht, dass meine Haare plötzlich von alleine leben, sondern das ist ein ganz normaler elektrostatischer Effekt, den wir da erleben. Und genau das kann auch auf der Maske stattfinden. Und der letzte Satz, den ich noch sage, Alexa schnappt schon, ist die Tatsache, dass auch Temperaturveränderungen dazu führen können. Und zwar wirklich durch Luftzug, aber dann auch zum Beispiel, wenn man viele Lampen aufstellt, weil man das genau sehen will, dann erwärmt sich das irgendwann. Und auch dann kann so ein Fädchen beginnen, sich zu bewegen. Zum Thema statische Aufladung. Ich habe ein Kunststoffkehrblech und einen Besen. Und wenn ich dann damit so ein bisschen versuche, den Staub vom Parkett zu fegen, deswegen, es ärgert mich maßlos, dass dieses blöde Zeug an diesem Kehrblech klebt und ziemlich widerspenstig ist und man sich etwas bemühen muss, das dann da abzukriegen. Also insofern, das ist ein völlig normales Phänomen und hat nichts mit irgendeiner Lebenskraft zu tun oder mit der Tatsache, dass das vielleicht irgendwelche Würmchen sind, die man da findet. Was die klassischen Morgellons, die wir aus der Geschichte kennen, betrifft, ja. Ein Punkt nochmal ganz kurz. Das heißt also, zunächst mal Fakt 1. Wenn man die Dinge auspackt, kann es durchaus sein, dass solche kleinen Pferdchen da drauf sind. Bei den Masken ist es ziemlich wurscht, weil das, was in der Wohnung auf so einer Maske sich anlagert, würdet ihr sowieso auch einatmen. Also das geht dann auch nicht in die Lunge rein. Also auch das sind so Dinge. Und wenn es in die Lunge reingeht, ist es eh so klein, dass ihr es auch sonst eingeatmet hättet. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Was man den ganzen Tag so einatmet an Partikeln, darüber darf man sich am besten sowieso nicht so viele Gedanken machen. Exakt. Bei den Teststäbchen ist es dann eben so, dass natürlich die Testzentren, da wissen wir natürlich, dass die Personen, die die Testung durchführen, gut eingepackt sind. Natürlich aus Infektionsschutzgründen. Aber das ist natürlich hilfreich, damit so ein Stäbchen auch nicht verunreinigt wird. Und auch hier bei den Tests zu Hause kann es immer mal wieder sein, dass so ein Pferdchen dann auch in die Nase gelangt bei so einem Test. Aber nochmal, den würdet ihr im Zweifelsfall auch einatmen. Ganz interessanter Fakt ist, und das kommt jetzt auch noch hinzu, dass Leute jetzt aber sagen, ja, aber diese Teststäbchen, guck mal, ich habe hier so ein Q-Tip fürs Ohr, so ein Wattestäbchen, die man übrigens nicht für die Ohren benutzen soll, bei der Gelegenheit. Kosmetikstäbchen heißen die auch offiziell. Das ist aus Baumwolle und das gucke ich mir in meinem Handy an und das ist ganz weiß und Stoff und da sehe ich, dass das halt ganz normale Baumwolle ist und da so, so sieht das aus. Und wenn ich mir jetzt so ein Teststäbchen anschaue, dann glitzert das so ein bisschen merkwürdig und ist glänzend. Das heißt, da ist doch völlig klar, dass da gar keine Baumwolle drin verarbeitet ist. Das heißt, da ist doch irgendeine Sauerei drin und wenn es dann nicht die Morganons sind, dann sieht man aber schon, dass das keine reine Baumwolle ist. Und ja, ihr werdet es nicht glauben, das ist keine reine Baumwolle, sondern tatsächlich sind in diesen Teststäbchen, das ist auch eine Empfehlung, wie sie produziert und konstruiert sind, durchaus Kunstfasern drin. Das ist Absicht und diese Kunstfasern sind tatsächlich so ein bisschen glitzerig, wenn man sich die anschaut. Also, was man hier entdeckt ist... Keine Teststäbchen aus Bio-Baumwolle. Genau, das sind sie eben nicht, sondern man stellt fest, ach gucke mal, da ist ja so ein Tätigfasern dran. Wenn ich mich informiert hätte, was in so einem Teststäbchen drin ist, hätte ich das gewusst im Zweifelsfall, machen natürlich viele Leute nicht. Also auch das nochmal als Aspekt zum Thema, das sieht komisch aus, das ist anders. Auch hier ist es wieder so, man muss sich schon idealerweise ein bisschen informieren darüber, wie diese Dinge konstruiert sind, wie sie aussehen, wie sie funktionieren. Und plötzlich sind viele Dinge, die man jetzt als Heimforscher zu Hause für sich alleine, feststellt, eben gar nicht überraschend, sondern tatsächlich einsehbar, nachvollziehbar und völlig normal. Genau, also vielleicht nochmal ein paar Worte zu den historischen Morgellons. Zum einen gibt es auch aus den letzten Jahren sehr, sehr viele Studien und wissenschaftliche Paper über die Morgellon-Disease, also die Morgellon-Krankheit, wo wirklich geguckt wird, ist das denn immer ein Wahn? Oder steckt da vielleicht ein tatsächliches physisches Krankheitsbild dahinter? Da wird Alexander sicherlich gleich nochmal mehr sagen können dazu, was jetzt die Geschichte angeht. Wir hatten es am Anfang schon angedeutet, haben wir eine Quelle, nämlich einen Brief von einem Arzt, Sir Thomas Brown, der über dieses Phänomen berichtet hat oder über ein ähnliches Phänomen und den Namen benutzt hat, Morgellon. Das Ganze ist von 1674 und er schreibt, dass er bei Kindern im Languedoc, also in Frankreich, dieses Phänomen beobachtet hat, dass die nämlich so borstige Haare auf dem Rücken zeigen und dass es in diesem Zusammenhang auch andere Krankheitssymptome gibt, die da beschrieben werden. Also dass das Ganze wirklich so ein physisches Phänomen ist, was ihn als Arzt, als Forscher tatsächlich auch interessiert hat. Danach ist immer mal wieder so in der Medizingeschichte von solchen Phänomenen die Rede, wobei teilweise eben auch tatsächliche krankheitsbedingte Hautveränderungen in dem Zusammenhang mitspielen oder eine Rolle spielen und es nicht immer nur um ein psychisches Phänomen geht. Das heißt also, man hat auch irgendwelche Hauterkrankungen und wirklich deutlich erkennbare Hautveränderungen, die dann auf einmal in den Zusammenhang mit diesem Morgellon-Phänomen gestellt werden. Wir können vielleicht einmal nochmal ganz klar den Fakt staten, was auf den Stäbchen und den Masken im Moment ist, haben wir gerade versucht zu beschreiben. De facto für jeden einzelnen Fall sagen, das ist das und das können wir nicht. Da müsste umgedreht der, der das findet, genau diesen Weg angehen. Der müsste das dann isolieren, ins Labor bringen. Da müsste man eine DNA-Analyse oder andere Dinge mit diesen Dingern machen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Bei allen Menschen, bei denen eine Morgellon-Disease, also eine Morgellon-Erkrankheit aufgedaucht ist, hat man keinerlei parasitäre Lebensformen in irgendeiner Art und Weise gefunden. Das muss man ganz klar sagen und es gibt auch keinen Wurm, keine fadenartige Erscheinung, irgendwas, was die Morgellon-Erkrankheit übertragen würde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Mutter, sage ich jetzt mal in einer Familie, sagt, sie hat Morgellons, dann ist sie eben nicht ansteckend für andere Familienmitglieder. Wir lassen nochmal an der Stelle offen, was die Morgellons sind. Also sie kann die anderen nicht infizieren. Das kann nicht passieren, weil man eben aber auch gar nicht genau erstmal identifizieren kann, was jetzt diese Morgellons sind. Ich will nochmal ganz kurz zum Dermatozonen waren. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Man hat allerdings oft bei Menschen, die das Gefühl haben, von dieser Morgellon-Krankheit betroffen zu sein, einmal eben diese Würmchen auf der Haut, die aus der Haut zu kommen scheinen, die da auftreten können. Entzündungen der Haut. Entzündungen und es ist natürlich so, dass diese Menschen dann, wenn sie das Gefühl haben, da krabbelt was, da ist was eklig, ich bin irgendwie befallen, anfangen sich zu kratzen und dann kann es natürlich tatsächlich zu Wunden kommen. Das vielleicht nochmal in dem Zusammenhang. Und man hat oft auch, ja sagen wir mal Magen-Darm-Beschwerden in dem Zusammenhang, Angstzustände, Gliederschmerzen, Gliederschmerzen, genau auch andere Symptome, genau Konzentrationsstörungen, die da eine Rolle spielen, sodass das dann in dieses Krankheitsbild mit hineinspielt und natürlich dazu beiträgt, dass die Betroffenen dann ganz enormen Leidensdruck haben. Genau, ich will nochmal ganz kurz, weil jetzt natürlich, und das findet man durchaus, die relativ schnelle Erklärung findet, das ist halt Dermatozonenwahn, eine besondere Form des Dermatozonenwahns und damit ist das Thema beendet. Da müssen wir nochmal einmal kurz nachschauen, zum einen, was ist denn das ganz genau? Dermatozonenwahn ist ein verbundenes Wort, da geht es eigentlich um das Haut-Tiere-Wahn-Erkrankungsbild und das ist tatsächlich die Vorstellung, dass sich Lebewesen unter der Haut sich befinden und bewegen. Das ist erstmal die ganz klare Bezeichnung und da muss man natürlich jetzt auch nochmal sagen, die allermeisten Tiere können gar nicht unter der Haut leben, weil das gar nicht für sie sinnvoll ist, dass das der Fall ist. Es gibt immer mal wieder Fälle, es gibt eine Spinne zum Beispiel, die man längeren Weg unter der obersten Hautschicht eines Menschen sich einen Tunnel gegraben hat, mehr aus Panik und ihn da auch schwer bei verletzt hat. Das sind aber Besonderheiten. Eine Schauspielerin oder eine Musikerin, deren Name mir nicht einfällt, hatte tatsächlich mal eine kleine Spinne auch im Ohr, die über einen alten Kopfhörer sozusagen ins Ohr gekrabbelt ist und da eine Weile gewohnt hat. Also das sind so Dinge, die wirklich passieren mal ab und zu, wenn auch nicht so oft, wie man meint. Aber das hat auch nichts damit zu tun, dass da Käfer unter der Haut krabbeln. Und hat auch eben gar nichts mit der Art und Weise zu tun, wie diese Lebewesen sonst leben, sondern das sind sozusagen Unfälle, Besonderheiten. Das passiert nicht. Also es gibt zum Beispiel keine Spinnenart, die Eier ablegt in den Menschen als sie wird und dann sozusagen die kleinen Spinnen sich dann freifressen zum Beispiel. Sowas gibt es nicht, das ist eine Urban Legend, aber es gibt natürlich die beiden Fälle, die wir gerade so kurz beschrieben haben, die dann natürlich zu solchen Urban Legends führen unter Umständen. Genau, es gibt einen Parasiten, der Insekten befällt, der dann tatsächlich seine Eier in Insekten ablegt, weil sie da geschützt sind und tatsächlich dann, wenn die soweit sind, einen Selbstmordtrieb auslöst und diese Insekten, die befallen sind, die gehen dann ins Wasser, weil nämlich dieser Parasit, also die Kleinen, die wollen dann ins Wasser und dann begeht dieses Insekt Selbstmord. Aber das ist eben nicht beim Menschen so, das ist ein Insekt. Und damit ist der Demonstration war tatsächlich eine Erkrankung aus dem psychotischen Bereich, aus dem wahnhaften Bereich, weil es das eben nicht gibt, aber die Menschen behaupten, dass es das gibt. Und Alexa hat sehr gut beschrieben schon, was das dann für Auswirkungen hat. Die Menschen haben das Gefühl, es bewegt sich was unter der Haut, sie kratzen an der Haut, verletzen die Haut dabei und zum Teil fügen sie sich aber auch schwere Verletzungen zu, weil sie diese Viecher unter der Haut raushaben. Sie gehen dann zum Arzt, haben unter Umständen Verletzungen der Haut vorliegen, das wäre jetzt tatsächlich so der Fall. Und hier kommen wir zu dem ersten Aspekt. Hier muss man eigentlich sagen, wenn Sie damit zum Hautarzt gehen, zum Dermatologen gehen, ist der per se erstmal gar nicht qualifiziert, eine psychotische Erkrankung zu diagnostizieren. Das ist der erste Punkt, wo ich jetzt als Psychologe mit einer gewissen Vorkenntnis in der Diagnostik sage, normalerweise müsste man jetzt ausschließen, dass eine psychische Erkrankung vorliegt. Und das kann man im Grunde genommen dann ausschließen, wenn ein Experte sich das angeschaut hat. Also das ist mal so Schritt eins. Es ist gar nicht gut, die Menschen in Anführungsstrichen als wahnhaft abzustempeln, ohne es wirklich diagnostisch vernünftig geklärt zu haben. Warum sage ich das so ausführlich? Weil es in der wissenschaftlichen Literatur, die man sich durchaus angucken kann, es gibt eine ganze Reihe von Publikationen aus dem medizinischen Bereich, die sich mit dem Morgellons, mit dem Dermatozonwahn und anderen Dingen beschäftigen. Und man erlebt da aktuell in der Wissenschaft im Grunde genommen zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung sagt relativ klar und eindeutig, das sind alles wahnhafte Menschen. Bei all denjenigen, die wir uns angeschaut haben, haben wir nichts festgestellt. Also bilden die sich das ein. Das ist sozusagen die eine Lehrmeinung, in Anführungsstrichen. Es gibt aber inzwischen eine ganze Reihe von Studien. Und wir werden eine Studie der Art, wie ich sie gerade beschrieben habe, euch verlinken. Dann könnt ihr euch das mal im Original durchlesen, wie sowas aussieht. Und es gibt eine zweite Studie, relativ hochwertig publiziert. Das heißt mit einem sehr strengen Peer Review, mit vielen Auflagen, um dort publizieren zu dürfen. Und das ist eine Studie, die sich mit der Morgellon Disease beschäftigt, also mit der Erkrankung. Und da muss man jetzt natürlich sehr genau hinschauen, was steht da drin. Da steht drin, dass es so etwas wie eine Morgellon Disease, also die Erkrankung per se geben kann. Es wird an keiner Stelle in diesem Manuskript behauptet, in dieser Publikation, dass es Morgellons gibt. Aber man stellt hier den Zusammenhang zu anderen Erkrankungen her. Zum Beispiel nämlich der Leimborreliose. Und das ist all das, was Alexa gerade schon beschrieben hat, kommt da zum Tragen in Gliederschmerzen, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen und all diese Dinge, die bei einer Borreliose entstehen durch einen Zeckenbiss. Und das kann dann dazu führen, dass dann parallel die Menschen auch noch anfangen zu sagen, das fühlt sich alles so komisch unter meiner Haut an, sich kratzen zum Beispiel oder schubbern. Und dann stellen sie plötzlich irgendwann fest, in diesen Verletzungen der Haut, in diesen Läsionen, wie man sagt, da ist was drin. Und dann ist es relativ spannend und interessant, jetzt natürlich zu schauen, was ist da drin. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was sich dort abgelagert haben kann. Und da geht es dann wieder los. Wenn man sich die Mühe macht, sich das genau anzuschauen, dann kann es zum Beispiel sein, dass dort Tierhaare plötzlich in den Wunden drin sind. Ihr erinnert euch an das, was ich am Anfang über die Teststäbchen und die Masken gesagt habe. Es kann tatsächlich sein, dass Fragmente der eigenen Fingernägel zum Beispiel da drin sind. Dann haben wir Keratinspuren, biologisches Material, was in diesen Wunden drin ist, was da eigentlich gar nicht hingehört. Wir können, und das ist eine ganz spannende Geschichte, die ich gehört habe, wenn wir bestimmten Stoff tragen und vielleicht auch mal einen Tag nicht geduscht haben oder auch Wunden haben, können sich nicht nur feinste Stofffädchen in diese Wunden dann auch hineinsetzen. Sondern wir haben auch das Phänomen, dass wir, wenn wir Sport gemacht haben und dann nicht sofort duschen und einen bestimmten Stoff getragen haben, wenn wir über unsere eigene Haut ribbeln, dann entstehen plötzlich aus dem Nichts so kleine schwarze Würstchen. Aus dem Nichts, weil wir nämlich diese Fädchen so nicht sehen können. Erst wenn man sozusagen über die Haut reibt und sich da Hautschüppchen und eben diese Stofffädchen miteinander verbinden, also wirklich verwurschteln wie bei so einem Würmchen, dann sehen wir eben auch so ein Röllchen, so ein Würmchen auf der Hand oder auf dem Arm oder wo auch immer wir da gerade gerieben haben. Und insofern ist das natürlich ein ganz, ganz gruseliges Phänomen, wenn man da nicht Bescheid weiß oder wenn man eh das Gefühl hat oder die Angst, da könnte irgendwas sein, wenn dann plötzlich etwas Unsichtbares auf einmal sichtbar wird und das dann auch noch aussieht wie so ein kleines Tierchen. So und das heißt also, dass es verschiedenste Wege gibt, wie in diesen Wunden auch sowas fadenartiges drin sein kann. Man müsste im Einzelfall sich das anschauen, aber in allen Fällen, in denen man sich das angeschaut hat, hat man eben genau all diese Erklärungsmuster gefunden, die ich gerade beschrieben habe. An keiner Stelle hat man irgendwelche Würmer, irgendwelche lebenden Erreger oder Überträger dieser Erkrankung gefunden. Aber es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass Menschen, die berichten unter Morgellons zu leiden, parallel sowohl zum einen psychisch labil sind, sage ich mal vorsichtig. Also da gibt es eine ganze Reihe von psychischen Erkrankungen, komorbide, sagt man, die mit auftreten bei dieser Erkrankung und sehr häufig eben genau Borreliose. Wenn man dann einen Bluttest macht, stellt man plötzlich fest, der Borreliose-Erreger ist im Blut vorhanden und das führt natürlich dazu, dass man sich insgesamt körperlich krank fühlt, abgeschlagen fühlt und dass das bis hin zu Verdauungstrakt Auswirkungen haben kann. Und da ist es so, dass die Autoren dieser zweiten Stoßrichtung der Untersuchung der Morgellon-Krankheit nicht sagen, wir müssen nur lang genug suchen, bis wir diesen Erreger finden, aber sagen, die sind nicht alle psychisch durchgedreht, sondern wir haben hier Menschen, die vielleicht an einer besonderen Form der Borreliose erkrankt sind, gepaart mit anderen Faktoren und dann in ihren Hautläsionen, in den Hautverletzungen plötzlich solche Fädchen finden, das nicht einordnen können, dann Angst haben. Wenn man sich im Internet mal so ein paar Leidensgeschichten anguckt von Menschen, die das Gefühl hatten, sie würden eben unter diesen Morgellons leiden, sie seien da befallen, dann liest man ganz oft, ja, ich habe eine Arzt-Odyssee hinter mir, ich bin von Arzt zu Arzt gegangen und niemand konnte mir sagen, worunter ich leide und ich bin immer nur weggeschickt worden und es geht mir immer noch nicht besser. Und diese Geschichten lesen wir und haben dann im Hinterkopf, dass es tatsächlich Erkrankungen gibt, die wahnsinnig schwer zu diagnostizieren sind und wo Menschen wirklich zum Teil jahrelang zu vielen, vielen Ärzten gehen und eben keine wirkliche Hilfe erfahren und man gar nicht genau sagen kann. Wenn nicht auf einmal jemand gefunden wird, der sich auf sowas spezialisiert und der ganz genau weiß, wie man nachgucken muss und worauf man achten muss und das diagnostizieren kann, dann haben die halt das Gefühl, mir wird nicht geholfen, ich werde nicht ernst genommen und es geht irgendwie gar nicht mehr. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann denken wir natürlich schnell, wir müssen auch sozusagen das Phänomen der Morgellons genauso ernst nehmen und nur weil wir es noch nicht erforschen können oder noch nicht Bescheid wissen, dürfen wir es nicht als Wahn abtun. Aber es ist halt in dem Fall wirklich so, dass die wissenschaftlichen Belege, die Studienergebnisse für das sprechen, was Alexander gerade ganz ausführlich beschrieben hat und weniger dafür, dass es wirklich diese Würmchen, diese Morgellons tatsächlich gibt. Und vielleicht nochmal als Hinweis, das werden wir euch auch mal verlinken. Was macht man denn, wenn man jetzt genau diese Symptome hat und diese Fädchen sieht und dann irgendwann vielleicht mal auf den Begriff Morgellons stößt? Man geht an eine beliebige Suchmaschine und wenn wir jetzt mal von eher naiv, im Sinne von nicht so erfahrenen Menschen, was das Internet angeht, ausgehen, dann machen die Google auf und geben da Morgellons ein und wo landen die? Die landen natürlich auf Seiten von Berichten, genau wie Alexa sie beschrieben hat. Sie landen bei YouTube-Videos und sie landen bei so semi-seriösen Seiten. Wenn sie Glück haben, finden sie mal eine Seite, die etwas Positives oder Neutrales darstellt. Und was man vielleicht mal sagen kann, ist, wenn man Fragen zu medizinischen Themen hat, die natürlich komplex sind, ich habe ja schon gesagt, bei den Morgellons gibt es da unterschiedliche Laufrichtungen, dann kann man einfach mal die Internetseite PubMed, und die werden wir verlinken, ich habe es gerade schon angedeutet, euch mal geben, aufrufen. Das ist eine englischsprachige, im Wesentlichen englischsprachige Suchmaschine, wo im Prinzip alle hochrangigen internationalen medizinischen wissenschaftliche Journals gelistet sind. Und das kann man auch durchsuchen. Man kann da immer die Kurzzusammenfassung dieser wissenschaftlichen Arbeiten finden, je nachdem, ob die dann freigeschaltet sind, sogar auch die gesamten Arbeiten. Und wenn man da mal den Begriff Morgellons eingibt, dann findet man immerhin 87 Einträge zu dem Thema. Und das sind dann alles in der Regel wissenschaftliche Beiträge, wenn es nicht mal ein Leserbrief ist. Sowas wird auch gelistet. Und dann sehen wir, dass es tatsächlich den ersten Artikel zu Morgellons aus dem Jahr 1946 gibt. Und dann gibt es eine relativ lange Lücke und dann geht es erst 2006 wieder weiter. Und da gibt es dann, wie ich schon gesagt habe, in diesen ganzen wissenschaftlichen Artikeln eben so diese zwei Laufrichtungen, die wir schon beschrieben haben. Aber das weiß natürlich der Laie nicht. Und dann hier in so eine PubMed-Publikation reinzuschauen und dann auch noch hier zu finden, dass jemand sagt, Mensch, vielleicht hat das was mit Borreliose zu tun. Und dann als Laie auf die Idee zu kommen, zu sagen, hey, ich gehe mal zum Hausarzt und mache mal einen Bluttest und gucke mal, ob ich eventuell Borreliose habe. Also der Weg ist relativ weit. Und die viel zitierte YouTube-Akademie hat dann natürlich viel, viel mehr Antworten. Und die Leute werden immer nervöser und kommen dann an falsche Informationen. Und tatsächlich sowas Exotisches wie den Morgellons hat dann auch unter Umständen noch nicht jeder Arzt mal gehört. Auch das kann gut sein. Muss man mal sagen. Genau. Jetzt nochmal zurück zu diesen YouTube-Videos, wo man auf Masken und SARS-CoV-2-Teststäbchen, Morgellons entdeckt haben will. Zum einen haben wir hier innerhalb der Pandemie eins von vielen Verschwörungsnarrativen, die eigentlich schon älter sind und die jetzt wieder aufplöppen. Und wir haben einen Zusammenhang mit dem Motiv, man will uns durch die Impfung oder durch die Masken, weil die ja auch oft verpflichtend sind, irgendwie vergiften oder man will uns verchippen oder was auch immer. Das heißt also, was da immer zwischen den Zeilen mitschwingt, ist die Vorstellung, dass da eine böse Regierung ist, eine böse Macht, die uns mithilfe von Dingen, die für uns alle jetzt im Alltag verpflichtend sind, irgendwie Böses will. Da vor diesem Motiv sollte man sich hüten. Da sollte man tatsächlich etwas vorsichtig sein. Und was jetzt die Vorgehensweise von Leuten angeht, die da YouTube-Videos drehen und mit dem Mikroskop oder mit der Handykamera auf den Masken irgendwelche Viecher nachweisen wollen. Es sieht natürlich ein bisschen so aus, erst recht, wenn die das dann mit dem Mikroskop machen, als würden die aktiv so eine Art Alltagsforschung betreiben, also sich wirklich mal wissenschaftlich was angucken. Das ist aber in dem Fall eine Illusion, weil die nicht, erstens nicht unter Laborbedingungen wissenschaftlich forschen, das hatten wir ja am Anfang schon beschrieben, und zweitens nicht erkenntnisoffen vorgehen. Das heißt also, die entdecken nicht irgendetwas und wollen dann einfach mal wissen, was das ist, sondern die sagen, ich will hier den Beweis oder ich habe hier den Beweis für Morgellons und so und so habe ich das gemacht. Und dann hauchen sie halt irgendwelche Masken an, die sie vorher anfeuchten und wollen dann eben einen wissenschaftlichen Beweis erbracht haben. Das funktioniert so nicht. Das ist sozusagen der umgekehrte Weg, den man eigentlich gehen sollte und den man in der Wissenschaft geht und sich dann stattdessen, wie Alexander beschrieben hat, auf peer-reviewte Paper zu verlassen, die in öffentlichen Datenbanken als Abstract zumindest eingesehen werden können, ist dann doch ein bisschen zielführender. Und was wir hier erleben ist natürlich jetzt, das sind ja auch keine bösen Menschen im Zweifelsfall, die diese Videos teilen, sondern es sind eben naive Laienforscher, die da was feststellen, die in Sorge sind, die jetzt sagen, was ist denn mit dieser Testung? Und wir erleben jetzt ja gerade, wo über das vermehrte Testen gesprochen wird, dass jetzt plötzlich diese Verbindung zwischen Morgellons und Teststäbchen aufplöppt. Und was ist natürlich der Hintergrund? Jetzt müssen wir damit rechnen, demnächst häufiger getestet zu werden. Also muss jetzt an diesen Tests etwas Schlimmes sein. Und das plöpft auf. Und das ist natürlich eine Sorge, was passiert da mit mir? Und ich finde das doof, dass mir jemand ein Wattestäbchen in die Nase tief einführt. Ist ja auch unangenehm. Ist ja auch unangenehm natürlich. Oder kann unangenehm sein. Und da werden jetzt quasi wieder, ich sage, vorgeschobene Gründe gefunden, warum man das jetzt auf keinen Fall machen soll. Warum jetzt diese Idee auch wieder etwas ist, was mir persönlich Schaden zufügt. Und da sind wir in diesen klassischen Narrativen von Verschwörungsmythen. Und das ist ja wie so eine Lawine plötzlich, die dann anfängt zu rollen. Und alle fangen jetzt also an, diese Dinger zu Hause auf dem Fliesentisch mit Deckchen auszupacken und stellen dann plötzlich fest, obwohl dann natürlich die Hunde durch die Gegend laufen und die Katzen über den Tisch laufen, dass da plötzlich irgendwelche kleinen Herrchen und Fädchen dann dabei sind. Und wenn ich es selber gefunden habe und das dann teile, mache ich mich ja selber dann auch in dem Fall wieder ein Stück weit wichtig. Oder ich bin plötzlich wichtig dabei, andere Menschen zu schützen. Und das ist natürlich eine Motivation, sowas zu teilen. Und man sieht ja de facto, dass da was ist. Aber es gibt natürlich keinerlei Erklärung für das, was man sieht. Und das ist das große Problem dabei. Es wird dann also unkritisch weiterverteilt, weil man ja auch schon, Alex hat es beschrieben, unkritisch geguckt hat. Und das ist die Motivation, das weiterzuleiten. Genau, wenn man dann ganz, ganz, ganz genau hinguckt, also wirklich richtig doll vergrößert, dann müsste man ja eigentlich feststellen können, wenn das Tiere sind, die man da sieht, wenn das Würmchen sind, dann müssten die ja auch gewisse Körperteile haben. Oder irgendwie etwas, das zeigt, dass sie anatomisch dann doch ein Lebewesen sind. Und das hat man dann in der Regel eben nicht. Das heißt, man kann sich das ganz genau angucken und wird dann aber entsprechend feststellen, dass es nicht ein lebender Wurm ist, den man da sieht, sondern Fasern, Hautschuppen, alles zusammen, was auch immer. Genau. Damit haben wir hoffentlich das Thema Maul Gellons nochmal ein bisschen breiter beleuchtet, als man das in der einen oder anderen Debunking-Seite findet. Nichtsdestotendiger werden wir euch den Volksverpetzer verlinken. Wir werden euch mimikama.at verlinken. Noch ein paar weitere Quellen. Zwei der wissenschaftlichen Studien, habe ich gerade schon gesagt, werden wir euch verlinken. Und nochmal auch den Link zu PubMed, das kostet auch nichts, da kann man drin rumsuchen. Das ist sowieso ganz hilfreich, aber man soll sich dann auch nicht verunsichern lassen, natürlich von so einer PubMed-Suche. Aber ich will es zumindest mal einmal euch verlinken, dass ihr da selber drin suchen könnt. Und es bleibt ganz interessant. Ich finde tatsächlich den Gedanken, dass hier vielleicht eine Borreliose-Erkrankung, eine Infektion der Morgellon-Disease dann zugrunde liegt. Und dass eben nicht alle Menschen, die das berichten, psychotisch sind. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende These. Da ist, wie so häufig in der Wissenschaft, further study needed. Also man muss sich das nochmal genauer anschauen. Und ich finde aber, dass wir aktuell einen Anstieg an wissenschaftlichen Publikationen zu dem Thema haben. Und insofern bin ich da guter Dinge, dass wir dieser Sache auf den Grund gehen. Aber wir können relativ sicher sein, dass Morgellons an sich als Lebewesen, als übertragbare Erkrankung in dieser Art und Weise nicht existieren. Und erst recht nicht auf Teststäbchen und Masken. Genau. Und jetzt müssen wir uns nochmal die ewig leuchtende Glühbirne nochmal sehr genau ansehen. Ich will das Ding haben. Um es kurz zu machen, die Geschichte von der ewig leuchtenden Glühbirne, die dann als Patent sozusagen unter Verschluss gehalten wird, weil die entsprechende Firma ja so gerne weitere Glühbirnen verkaufen möchte, ist ein absoluter Klassiker unter den modernen Sagen. Sowas hatten wir eigentlich schon länger nicht mehr. Und zu finden ist diese Geschichte, die schon aus den 90er Jahren belegt ist, in dem Buch von Rolf Wilhelm Brednig, Die Maus im Jumbo-Jet, neue sagenhafte Geschichten von heute aus dem Verlag C.H. Beck. Also eine erfundene Geschichte, obwohl sie sehr elaboriert ist, um das Wort mal wieder zu benutzen. Und ja, spannend auf jeden Fall. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Damit sind wir im Grunde genommen am Ende der 273. Folge von Huxilla. Teilt sie gerne. Die ist auch nicht ganz so lang wie die anderen Folgen. Und vielleicht können wir da helfen, auch euch helfen, wenn das jetzt im Verwandten- und Bekanntenkreis aufschlägt mit den Morgellons, dass ihr ein bisschen mehr Futter habt zu argumentieren und dass ihr nicht sofort in so eine konfrontative Schiene geraten müsst und sagt, naja, die haben halt alle Wahnvorstellungen, sondern dass wir das etwas differenzierter dargestellt haben, damit ihr es auch differenzierter vielleicht kommunizieren könnt, so als kleine Hilfestellung. Das bedeutet natürlich, dass die 274. Folge im Grunde genommen auch immer noch in der Pipeline ist. Vielleicht können wir da sogar über die Ostertage noch zu kommen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Thema, was wir uns da eigentlich ausgesucht haben. Und dann noch als letzter Hinweis, jetzt gerade sind ganz viele Deadlines in unserem und meinem Leben, gerade die zum Abschluss kommen, soll heißen, jetzt kann es demnächst auch wieder weitergehen, dass ich wieder einen ganzen Schwung Ferngespräche in den Podcast-Feed reinmache. Wer die doof findet, der muss die sich nicht anhören. Wer die gut findet, freut sich vielleicht, dass er sie jetzt wieder nachhören kann. Und da werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen wieder ordentlich nacharbeiten, dass dann wieder Ferngespräche dabei sind. Tja, ich glaube, damit können wir die heutige Folge beenden. Wir wünschen euch alles Gute, dass ihr keine Morgellons bei euch habt und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info at hoxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Bis zum nächsten Mal.